Schwäche der deutschen Wirtschaft steht der nächste Abstieg bevor Die deutsche Wirtschaft zeigt derzeit einige Schwächen, die Sorgen vor einem möglichen erneuten Abstieg aufkommen lassen. Eine mögliche Wiederholung der Situation von vor mehr als 20 Jahren, als Deutschland als kranker Mann Europas galt, ist für die jüngere Generation eine neue Erfahrung. Einige der aktuellen Schwächen der deutschen Wirtschaft sind das langsame Wachstum, die hohe Arbeitslosigkeit in einigen Regionen und Branchen, sowie die Herausforderungen im Bereich der Digitalisierung und des Klimawandels. Diese Probleme könnten dazu führen, dass Deutschland seine führende Position in Europa und weltweit verliert. Es ist wichtig, dass die deutsche Regierung und die Wirtschaftsakteure Maßnahmen ergreifen, um diesen Herausforderungen entgegenzuwirken und die Wirtschaft wieder zu stärken. Investitionen in Innovation, Bildung und nachhaltiges Wachstum sind entscheidend, um Deutschland wieder auf den richtigen Kurs zu bringen und einen erneuten wirtschaftlichen Abstieg zu verhindern.